die kamel ich bin ich gegen kamel ich bin ich gegen du hast du ehrlich mich kamel ich bin ich was drauf nehm uhr das was 2 damage abwenden kann was was 2 damage abwenden kann nice meme tsch 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 t ich weiß ja nicht warte was zum fick hab ich auf klett gespielt nein habe ich fern genommen ich habe ich dafür oder ich gehe eigentlich mehr und tote und ständig einer in der lobby der als letztes achievement legendary survivor bekommen hat und das niker ich vertraue ich mal hast du das bild gesehen was toby geschickt hat schau mal in den leuchten ich habe meinen eigenen boys würde jetzt spielt welchen abgelenkt verstehe ich nicht du bist du scheiße du verstehst du mir doch dieses bildchen einfach nicht oder was du checkst es ernsthaft für dich es ist so simpel ganz ehrlich du hast gerade jemand gezeigt der kindred porn gut ich gehe mich gerade irgendwie für dich du weißt hoffentlich was die rule 34 ist oder ja gut jetzt ist es verloren gegangen ganz ehrlich du hast es versaut ich versau alles das ist der grund warum ich jetzt bot legen 20 0 0 20 in der ersten minute das will ich sehen das will ich sehen das will ich sehen du hast immer noch spitz Was ist so funny? Fuck! Best Videos. Best Videos. Komm, komm, komm. War die Bubble schon da? Kommt die Bubble überhaupt noch? Die kommt nicht immer. Ich glaub, die kommt nur bloß weit. Ja,olut. kam die Kamer dann wirklich drauf? Ich wäre Lust geschnitten, Ja. Das steht weiter! Warum geht der Aíin? Er ist der Nummer! Hallo, da waren nur Sintra und Braum. Mehr war da nicht. Natürlich gehen die rein. Was macht die denn da? Gut, dass von euch einfach keiner mehr gefollowt hat. Ich weiß nicht, aber irgendwie habt ihr grad so, hm, Braum hat kein Leben. Gut, bleiben wir einfach alle verstehen. Also für mich war ich nicht schon die Sache gegessen. Danke, das hat mir jetzt die Lenk verloren. Das ist ein, weil ich dachte so, hm, ja, gucken wir mal zu. Wie die da weglaufen, müssen wir nix mehr machen. Damit ich als Psycho auch die Lenk verloren und die Kamel jetzt nen Kill hat. Vor allem First Blood. Das ist noch, das ist noch schlimmer. Ja, sie hat sich raus nichts gekauft, also wird ja den erstmal Kill sein. Ich muss dir einfach vorstellen, das ist ein Bot-Game und die Bots haben 400 extra Gold in der Bot. und dann mal zurück dieлиbe. Die Welt. We have never seen moves like mine. I am going to show him how to feed. Feed in 2k17, lol. Ich finde es gut, dass du gerade zum ersten Mal gefordertes bzw. die Lane verlassen, um einen anderen zu helfen, ohne etwas zu sagen. Was? Zum ersten Mal die Lane verlassen, um das man irgendwann sagen muss. Mehr. Was? Wovon redest du? Sprich ganze Sätze aus. Ich spreche Sätze. Nein. We are talking gibberish. Me no gibberish. Ich könnte es genauso gut ernstlich sein. Ich verstehe kein Wort. Loll. Sie ist gut. 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 Ich bin ein guter Support. No. Kamel. Support Toplane for Feed. Tja. Kamel. ist keine begründung warum du viel ist aber ich stimme es mal an dass sie keine das ist auch keine begründung warum die eigentlich trug der mensch macht tp lol die bautschöne die macht zuerst sehr viel weniger schaden als sonst und dann sehr viel mehr macht dich aber ausgeschaftsfücher ich bin wieder perfekt ich guck nur bot lane hör nur noch so easy executed ist scheißegal easy die verliert farm ist das eigentlich ein ap ken oder ist das ein ad ken mit thunder lords das ist ein ap kevin kennen hallo excuse me bitch oh for fuck's sake und dann kommt die ult ja ich wollte sie eigentlich ulten dann habe ich gemerkt dass sie nicht reinkommen dann habe ich gemerkt ich muss spellen dann ist sie okay und spell ich halt und dann hat das auch nicht gereicht weil sie geburied hat und ich sage jetzt gut jetzt kann ich auch noch ulten es wird ordentlich obenrum rasiert gegen top lane jetzt wird gefeeder ordentlich steht ja jetzt schon 07 ich habe sie noch nicht mal getroffen diese bitch ich gehe dann mal wieder in meinen world pool und definitiv das ich kann nicht warten zu sehen was ich mache ja ich werde so viel mehr Sintra einen Nutschel ich werde so viel mehr Sintra mag große Bälle ja sie hat Bälle von Wasser blau Wasser blau Wasser nicht blau klatschsprüche sind die geilsten ich kann mich nicht kinken lief britney erlauben hat ja mutiger und er hat mir fällt es erst auf dass die in der jungle haben wenn die mich kämpfen das hält sind spät und so für gewöhnlich nach 20 sekunden nein früher mit mich dann mal ich hab wieder kulti ab also was will der hier und was mit meinem internet heute höh äh braunmiss und wer ist schön schön get away from the minions hat die gold hat ja eigentlich kann man ja mich unterm tower und der hat es überlebt gutes fleisch der war die diese überlebt hat oh nein warum werde ich jetzt immer wieder in den game gerufen ich hab die schnauze voll von sowas ich hab die so oh man schmahl das braucht der udi eigentlich der hat noch gar nichts ok oh der hat nicht der hat nicht ok sie ist wieder da das wird erstmal gefedert oh for fuck's sake rage intensifies bait hit kada 100 100 pro das ist ja fuck my life stuff alter wir kennen nur bei uns gibt ihm und hätten nicht den braun geschäft der einfach in zimmer allerer gelaufen ist wir hätten gewonnen wenn easy key gewesen die hat ja ich habe franzosen als prima pot die hat mich schon wieder geholtert ja sie hat old es ist nur an jede zwei minuten das noch mal sein dass sie old hat ja das muss ich sagen soll ich dich daran erinnern dass du jetzt haben dass sie old hat auch wenn jeder champion holt hat aber ich will die nummer ich will ich will nur mal sagen mir die völlig irgendwann entscheidet mit lehnen zu gehen wird sich tobi beschweren dass sie dass ich nicht für schreck gesagt aber dass sie ultert beziehungsweise dass sie sich fragt ob sie geholt hat sonst werde ich völlig gespielt siehst du deswegen habe ich sehr gefragt und deswegen habe ich sehr gesorgt kann stop me can stop me stand by me oh hier ist braun ja du bist schon dass du alleine bist an einer schlöse rausgehen da hat er gerade seine auto check abgebrochen fucking kamille leiter wer kommt die denn ich hab's gefängte i suppose mein herz alter so richten abhicken gott das macht unseren ganzen team der mensch total weird weil jetzt keinen push jemanden haben der posten kann hat das ist ein scheiß und pushen aber das war es so war reingehen und wir gehen rein ne bitte nicht das sind franzose jetzt schon trotzdem ich komme den tag versuchte zu finden da kommen uriana das war nicht ich habe Und W. Oh. No, es geht immer. Was? Es geht? Wer? Ich dachte so, hä, ist das jetzt abgebrochen? Da steht's in der Kette. Da kommt Udi. Da kommt immer ein Udi. der hat zwar bisher noch keinen erfolgreichen gank geleistet hallo der kommt für die aufladung trottel erstmal von der los mit basic text trocken den übrigen städte auf das wort das in der tischung sterben excuse me ab da ist dann da besteht I'm all out of mana wegrennen klar B wegrennen dann C ist schon sorry bitch aber der war offensichtlich der war arg offensichtlich der mir so okay nö geh einfach weg heute mal nicht not today bitch get the fuck out of here wohl eher herald I suppose was gibt's da was was haben die denn so gib mir hier armor was kann ich in sie brauchen unter anderem und guardians angel ja es kauft sich eigentlich siehst du noch ein bisschen der mensch muss wieder beliebt was willst du mehr und jetzt kommt es die old oh mein gott schon ich sehe schon die old form ja geil wie lange hast du noch cool das ist so wie ein old cooldown wer hat old cooldown oh nicht ja eine minute ja what the fuck in welche richtung ist da gerade meine kugel geflogen jetzt wenn er nach 20 sekunden hier bleibt ist er tot gleich wieder ulti also 30 prozent cool dann auf der ulti das ist halt ja schön tja ken hat sauerkobel kommen weil ich schon irgendwie rausgesprungen bin ja gut da gut gut it wants your ass eigentlich wollte ich sagen ahnt cancer aber mit diesem team ahnt cancer weißt du diesem team ahnt cancer das wäre nicht wirklich rough not even close ja ahnt cancer ist irgendwie nutzlos wenn keiner wirklich basic attack oder rankommt ich habe vier sekunden ulti ich komme bot ich habe vier sekunden ulti mit denen braucht mich nicht hau dem ding mal bitte in den rücken fuck you komisch ist etwas äh engage auf sie ja die springt ja eh gleich typ in die wall hm scheiß drauf was bist du scheiße scheiß drauf nicht scheiß drauf wir gehen da jetzt rein guten job hallo hallo igmar balls gehst du doch bitte raus hm pfff natürlich hast genauso viel Schein gemacht aber ich merke grad dass das so närz auf der falschen stelle ist ich merke grad ich habe mehr items als scannen Was hat der Urgott da überhaupt noch gemacht? Alter, was ist das für ein Itembild von Urgott? Urgott Wir haben kein Urgott 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 Nhy... Nicht unbedingt Ich baue den eigentlich mit Cinderhulk, aber... Die wollen den Dragon machen ました Ahah choice Der Dragon is Awarded Ja, der ist UD 다� MPH aha wenn wenn braun dich engagt weißt du es ist irgendwas falsch tschüss uffs falscher apropos falsch oh was für silly körper ja hallo ein ally has been slain alter wer noch hinterher gerannt die ist halt auch noch da die gredet halt scheiße heftig auf den kill ja so wie ich jetzt 514 mixed damage also ich kaufe mir jetzt umzerstöre einfach weil ich kann und weil ich eine stoffrüstung zu viel gekauft habe aber nur nebenbei weißt du man könnte auch hier das andere item mit einer stoffrüstung kaufen nein umzerstöre ist op umzerstöre ist op umzerstöre ist op wirst du irgendwie ein hexenzirkel beschwören oder warum hast du es jetzt dreimal wiederholt nein es hat wirklich op omenzerstörer ist op die die siegier willst du stress man nicht freuen das weiß immer wo kamel ist ja das kommt davon nämlich fokus bringt euch nicht wirklich ja denn wir haben sie könntest halt locker zwei türme holen deswegen wir können halt keinen bern machen weil wir keine adc haben das ist ein bisschen kacke können wir halt nicht fünf leute verloren oder vier leute verloren wir können nicht wir können wir können nicht einfach back to base im bett wenn die zu zweit machen wollen gern geschehen aber die sterben daran nein noch an vermissen oder sein kampf und ist eigentlich braun so 24 aggressiv merkt man merkt es bringt nichts einfach irrelevant ist okay das ist schlecht ich wusste mich gern kamel ist okay kann man hat auf mich geflasht aber auch die fack auf eine scheiße möchte lassen möchte geholfen habt kein dps haben ohne dps wird das nix und weil camelia einfach fünf millionen tankiness bekommt dafür dass sie full damage baut so wieder riven kriegt fünf millionen zwei tankiness ich habe schon wieder das tit minion weg gemacht da kommt gleich wieder eine kamel aus dem nix gepunkt auch schön ist das ist ein bisschen nichts tun und wie es freundlich schön ja wir nicht die old hier sind geht eigentlich muss psycho als engelchen wenn wir hat engelchen vor die engage, dann können die nichts machen. Dann sparst du mir die Oogis für den Team-Fat-Engage? Ey, warum hab ich Fret'n Blue? Ich bin so gut. Ich bin halt Engage im Moment, wo sie halt grad nicht da ist. Das heißt, sie kann mich nicht instant fretten, dann verliert die den Fight einfach sofort. Ich komm halt im Moment nicht dazu zu spellen, das ist ein bisschen kacke. Sie wissen's, sie wissen's, sie wissen's. Ist doch egal. Dann können sie auch eh nichts. Komm zurück. Naja. Zurück, zurück, zurück. Leute, könnt ihr bitte jetzt nicht fighten. Das ist mega ungünstig, glaube ich. Ja. Zurück, zurück, zurück. Ich weiß gar nicht. Wie haben wir das gewonnen? Ganz einfach. Ich hab drei Leute gestunnt mit der E und hab dann einfach R gedrückt auf diese Orianna. Und dann kam dann das halt rein und hat den Rest abgekackt. Ist doch scheißegal, ob die mich umbringt. Das bringt ihr im Moment nichts. Aber wie ist das so Team? Mein Job ist schon vorbei in dem Moment, wo sie mich tötet. Das ist halt... Wir können den Baron nicht machen. Gott, verdammt nochmal. Verdammte Scheiße. Der ist nicht free. A, sind alle am Leben. Und B, haben wir keinen Nadel-Carry. Wir haben keine Möglichkeit, diesen Baron schnell zu machen. Guckt doch auf unser Team. Wer von uns macht denn der meiste Schaden am Perp? Ich. Der meiste Schaden macht vermutlich meine Q. Und meine Q macht nicht viel Schaden. Okay? Nicht an einem Objective. Meine Autoshacks machen am meisten Damage. Mein 116 AD. Woher ich sie auch immer hab. Ganzig Base Stats. I heard of that. Ist lustig, weil es doppelt so hoch ist wie Kindle Space Stats. Und es soll schon etwas heißen. Ist schon ein bisschen gruselig, dass du da unten alleine rumtümpelst. Ja, aber die Camele ist offside. Das ist mir so egal. Also der hier gerade war bei Sibia. Und Sibia stirbt gegen mich einfach. Die kriegt Balls ins Face und verreckt. Sie mag die Balls. Ja. Oh warte, ich hätte gern Level 16. Das wäre sehr famos. Fuck. Das weiß ich nicht. Das ist so nützlich. Yeah, ich schilde. Hey, vielleicht kriegst du halt wieder einen Windemassist. Den ich nix getan hab. Canon, Canon. Canon like. Die geht doch Face First rein. Man, ich will fucking 5% XP. Halleluja. Good job. Endlich. Es ist halt ein bisschen arg viel Damage. Soll ich mit denen ulten? Wenn meine Ulti pro Kugel 60, äh 50 Jahren mehr macht. Äh, sag mir Bescheid. Wenn ich ulten soll, dann ziehen wir uns kurz zurück. Und dann gehen wir einfach volle Kanne wieder rein. Wir müssen einfach gucken, dass der Canon gut positioniert ist. Hm. Ja, der kommt halt auch raus. Wenn er raus will. YOLO! Sie tut es schon wieder. Und es ist mir wieder kack egal. Ja, komm, geh auf mich. Geh auf mich. Es bringt den scheiß Dreck. Ja. LOL. Inzwischen hat sie einmal einen Outtack gemacht und sofort gekrittet. Ja, klar. Oder das. Ja, Uli hat übrigens auf mich drauf geflasht, ne? Wolltest du, was wir gesagt haben. Den hat leider nicht so viel mehr sein. Ich hab keinen Ulti erwischt. Das ist halt unlucky gewesen. Wie sie die Teamfetzen hier passieren. Da denke ich mir ab, wenn du so was zum F**k passiert eigentlich. Ich finde es lustig. Die fokussen dann immer noch mich. Die verlieren, wenn die das noch einen Fight machen, verlieren die dieses Spiel. Weil der Canon stand gerade den ganzen Teamfighter da und hat gebasic getackt, gegen gespellt und wurde einfach ignoriert dabei. Den habe ich nicht falsch. Warum ist der F**k ignoriert hier in den AP Canon? Der Typ hat genauso viel Leben wie ich. Und genauso viele Assistenzen. Ich habe sogar mehr Magickers. Okay, ich kann jetzt ein bisschen mehr Vision vertragen. Ich glaube, ich sollte lieber Top gehen. Oh mein... Lol, was war das für ein E? Na gut, das reicht ja auch so ein Ken zu töten. Ja, das ist nicht so gut. Ja, das ist nicht so gut. Psycho, hau drauf! Hau drauf! Hau drauf! Den Champions, hau drauf! Nein! Zwei Lauter Attack! Ja, weg! Scheiße! Die machen jetzt Baron. Weil die eine AD Carry haben. Richtig! Ich... Good job! Alter, was sind... Was... What? 36 Sekunden! Nein, f**k you! Du gehst zurück! Sie müssen nur in Reichweite kommen. Hot shot! Hot shot! Ohne Scheiß! Wir f**ken die gerade einfach ab! Ungefähr so? Ja! Die haben ganze Base wird gerade gepusht. Also... I'm gonna live forever! I'm gonna live forever! Und weg! Und du bist tot! Und ich helf noch! Ich Idiot! Bye bye! Friss Balls! Bitch, ich hab schon wieder Sonja! F**k auf! Ach ja sie, ichf ich nicht gerade! Haha! H мог sein Todes zu! Hhâng! No, was habe ich für einen? Häh! Je suis nicht auf Häh! Oh! Biss, ich habe hier! Häh! Oh! 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 ich wusste doch weil er hat sich sowas von ausgezahlt wie live alter ohne umsterstück hätte ich das nicht überlebt toby ein bisschen mask der u-detekteste skripte ist alter das ist das highlight gewöhnlich weißt du dass du was richtig gemacht hast und die kekner renken kennen wir gepflegt nach wunderschön oh hallo kaum oder ist es irgendwo und schuss uns gezeigt so jetzt aber ich kann mich kommen ja aber ich hab meine ulti nicht mehr ich kann mir jetzt nicht einfach finden wir könnten einfach finischen aber wir machen immer kurz handbag weil da so eine kleine pitch am pushen ist ich war die erste ich war der erste weg geportet hat nun war der letzte wieder das durchgekriegt hat ich hab dir das gesehen fucker seriously fucker die sind nur zur zahl geht auf die 12 los so macht man das du opfer Hallo! Du bist immer so, wow, bitch! Calm your mechanical tits. Habt auch einen Spaß da oben, äh, da unten. Schön zu verrecken. Nice. Sehr gut, greedy chase. Kommst du da weg? Warte, wir sollten hier nicht sein. Ja, stimmt. Yep. Warum zuhören, wie eigentlich die Spiele heraus? Weil wir doof sind. Ach so. Äh, nicht wir sind doof, unsere Teammates sind doof. Das sind immer die Teammates, weißt du. Die hab ich auch gemeint. Sag ich doch. Ah, tut mir leid, ich lieb dich immer noch. Ich hasse euch alle. Coverpoint. Was? Ich hasse uns, ich hasse euch alle. Und mich, mich, mich eingeschlossen. Ich hasse uns alle. Yes! Beide Kennenys bekommen. Ach schon, der steht, ob wir am Base gehen. Ist mir egal, ich hab mein Item, also... Ja, ich hab jetzt auch mein Item durch die beiden Kennenys. Ja, das sind ja alle glückliche Menschen. So. Nee, ich bin immer noch, äh, 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 depressiv. Die Sylvia macht theoretisch langsam Schaden, praktisch aber nicht, weil sie ein Item vergessen hat. Der Damage macht. Also wenn du Crit ADC spielst und keine KDU brauchst, musst du irgendwann kein Damage mehr, außer du bist Ash. Dann machst du immer Damage. Dann holt. Und, das war's. Ne Frage, macht die Kamel immer noch Damage? Ja. Ich merk's eigentlich nicht. Hier, friss meine Balls. Oh. Oh. Hi. Friss. Ups. Das war zu creaky. Das hab ich komplett scheiße gespürt. Wie hat dich das nicht getroffen? Was? Holy shit. Schau da. Na egal. Wie du erst mal drei, wie du erst mal drei Kilometer geflogen ist. Ja. Ach so, so lieb ich meine Fickungen. Du hast doch schon wieder fast einen Rolltab. Was war ich schon mit dir? Ich wünschte, ich könnte mal die Fickungen machen. Meine Benutzung. Aber du würdest ja irgendwas machen. Warte mal. Mit Syndra's E kann man nur einen Ball abwehren? Ja. 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 Syndra, wie ich hatte. Das ist die Ulti. Ich bin im Boden. Ich bin im Boden. Ne, bist du nicht. Ich bin bei mir. Ich bin bei mir im Boden. Warte, ich mach'n Screenshot davon. Auf den Boden mit den Purschen. Hallo, Screenshot? Machst du mal. Ich bin im Boden. Bist du nicht. Doch, bin ich. Nein. Du wirst du, wirst du wirst. Ich zacke, ich zacke schnell her den Screenshot. Da werdet ihr da schon sehen. Ich steck mit der, Scar steck, äh steck mit der unteren Körperhälfte im Boden. Und Cam wird engaged. Gebe einfach weiter und helfe dem Typen da. Und Mr. Engage. Mr. Follow. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich kann. die Leute, die das nicht getroffen hat. Die Leute, das nicht getroffen hat. der das auch nicht getroffen hat. Fuck him. Nice. Vergewaltigung. Der wurde überhaupt nicht oder so durchgenommen. Oh, das passt sogar. Wir können die einfach überrennen, ne? Wir können die jetzt einfach überrennen. Die haben gerade ihre beste Frontline verloren. Ihre einzige Frontline. leute ja trau dich ich swear to god odia fucking trau dich das ist nicht so geil jetzt sollten wir vielleicht doch nicht mehr fighten wir gehen dann mal weg weil die da unten der zweite gechased haben jetzt ja wir gehen dann mal wo kann der booster was gemacht meine zwei Talisman watch do i look like does it look like a fucking can ok ich konnte ich könnte einfach überhaupt nichts machen die pushen uns das ein weil die zwei sah eben einfach gechased haben die zwei voll faggots möchte anmerken kamel 3000 leben 130 arme 140 magic rest 290 jahre hat den schaden im spiel auf ein einzelnes ziel und true damage auf basic attacks und dennoch wenn die zwei jetzt noch mal sterben verlieren wir dann gerade wegen denen schon elder drake und zwei fucking in hips verloren mein kommen das wird nervig das ist bereits nervig ich bin richtig groß ich habe noch nie ein lex auf allen getrunken das gewartet da auch die kommen großer junge da kann ich die ist weg ok nein gebackmann gebackmann was wurde gestand cool guys dann look at explosions los wir gehen jetzt beenden wir müssen beenden wir lassen nicht beenden dann haben wir verloren i will make them dance i will make them dance Das war richtig gut, wie die Kamel versucht hat sich zu fokussen, aber ich hab sie doch nicht richtig... Okay, Sidestep! Sidestep! Omenzerstörer! Omenzerstörer ist so fähig! Das ist was ich meine mit ihr... Haben niemanden, der pusht. Haben hat niemanden, der pusht. Okay, weg, 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 weg. Jerry spawned gerade. Ah... Unsere Base wird vor allen Dingen gerade gepusht. Hm... Oh, Alter, aus dem Glück hab ich gerade einen Trundle mit meinen... mit meinen Speed gesaved. Wenn die rein... Okay, du stirbst jetzt. Ich hasse diesen Champion, ne? Jeder hasse diesen Champion. Zum Exitierter. Guck dir das einfach an! Die lebt halt immer noch. Warum heilt die sich überhaupt? Mit der W. E. Ihr sterbt. Wenn ihr da weggeht. Wenn ihr nicht bleibt. Ah, weggeht. Nicht bleibt. Weggeht. Okay. Run. Run. Die Sibir pusht uns ein! Die Sibir pusht uns ein! Die Sibir pusht uns ein! Okay, wir verlieren. Das verlieren wir jetzt. Die Sibir hat keine Schuhe mehr und pusht uns jetzt einfach ein. Ja, das ist gerade. Ja, das ist der Beweis, dass Camille einfach retarded, dumm ist. Die Sibir hat übrigens nichts gemacht, dieses Game, die war nicht relevant. Ah! Und die Camille will ein Report. Ah, ja! Ja! Wer hat die überhaupt... Wer kam auf die Idee Camille noch ein Heal zu geben? Die ist generell überladen, also. Die kriegt das sowieso schon komplett dumm überladen. So. GG. Basta. Lenne. Der Udi war echt getriggert. Ja. Was will der mit Cheater? Genau, weißt du's. Weißt du, Leute wissen echt nicht, was... Weißt du, die Leute verlieren oder Gegner spielen gut? Ja, ne. Der muss hacken. Und ich denk mir dann immer so. Weißt du, welche viele Champion... Wenn jemand hacken will, spielt er nicht Syndra. Wenn jemand hacken will, dann spielt der fucking Seraph oder... Und einer anderen Champion, der 90% Skill Shots hat. Es will vielleicht noch. Können wir noch so spielen? Ja, natürlich. Weil ich gar nicht mehr spielen kann. Von aus Versehen draufkomm. Das war... Das war einfach witzig. Der Ultima... Ach, Gott. Das war... Das war... Ich will mal kurz. Havka. So schlecht. Er kennt auch, dass das Script ist. Das ist sowas... Sowas...